Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal, nämlich Boring Man Online Tactical Stickman Combat. Nicht so viele Granaten hier, was machst du hier, wenn ich keine Granaten habe? Ah, yeah! Der hat sich selbst, oh mein Gott! Ich hab einen Mann verloren, zurück auf Position, komm ran hier! Ich hab... Alter, die... Gott! Boah, Alter, was macht ihr denn da? Hinter dir! Alter! Los, los, los! Los, los! Los, los! Achtung, ihr kommt neuer! Los, hoch, 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 hoch! Folg mir, Leo! Was? Los, los, los! Alter! Ich kann mir grad nicht mehr in den Raum planen, Leute! Los, Maschinengewehr holen und ran da! Was? Hohoh! Boah! Oh! Wir sind ehrengewunden! Nicht so viele Granaten läst'n hier! Wir sind ehrenmänner! Rinder! Oh Gott Oh Mann, hier Lala Ich hab Leo-Klaube gut gegeben gerade Alter Diese Falle Alter Leo, wo bist du? Wo bist du? Ich bin auf der rechten Seite Geil Halt Ich hab mich geholt Du hast einen Zombie Zombie-Katze Ich habe irgendwann Zombie-Katze gefertigt, wo ich einen Medic aufnehmen wollte Zombie-Katze, Digger geiles spiel ich lieber und befreit und ich habe mich da kaum mehr damit zusammenbleiben wird man ja ja ich bin recht weit links in den Haar ich bin über euch alle haben das ich habe mir gehört es ist so gut wird auch zu schrothblätten alle ran hoch hoch was sagt er das ist klar Nein, das hier oben. Das ist super super. Komm, mein Kingslay ist der blaue, oder wie? Ja, natürlich. Ich bin sehr auffällig zwischen euch schwach. Ja, wie sind die Schwarz, ey? Würdest du jetzt weiß sein und du würdest in der Mitte stehen, so wie eine Milchschnitte. Die Farbe habe ich auch extra ausgewählt für mich. Für meinen Charakter. Das kann man nämlich auch auswählen. Ja, ich weiß, ich kann mal raus. Wunderschön. Ja, alle her, alle her. Wir müssen das Haus verteidigen. Okay. Ich setz mich hin und du schießt alle hier. Ja, ja, perfekt. Perfekt, Alter. Wir brauchen noch jemand. Wer kann da nicht springen? Da, Leo. Das war Leo gerade. Ich habe ja auch nur gerade zugehört. Leo, was machst du da? Leo. Wie? Nee. Ey, du kriegst hier. Die probieren an der Seite. Ah! Gut. So, warte. So, Aufnahme beginnt. So. Alle bereit. Keine Granaten mehr. Einer muss nach oben zielen. Ja, das war's gut. Ja, das war's gut. Nicht alle. Die wir ineinander hängen. Gut. Wer schmeißt da so viele Granaten? Wer hat versucht, da oben mehr Granaten zu werfen? Wer wäre hier Suizid begehen? Alter. 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 Jungs. Die springen überall rum. Die springen überall rum. Ja, Leute. Ich habe gehört. Suizid. Shit. Was? Alter. Oh, nice. Ich höre jetzt die MP. Ich habe hier. Guck dir. Guck dir. Buts. Doppelkill. Leute, wo seid ihr? Ich muss sagen, die Shotgun ist ganz schön nice. Die habe ich auch extra eigentlich gewollt. Macht echt Laune gerade. So, ich habe aber meine eigene Shotgun. Oh mein Name. Ja. Das war krank. Ey, Leo. Ich bin dir so lang witzig. Oh hier ist King Slash Shotgun. Boah. Alter, Alter, Alter. Ich brauche hier. Ich brauche hier. Oh Gott. 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 Oh, ich brauche Medikits, oh Gott, oh Gott, Alter, ich brauche sowas von hier, soll die regenerieren? Nö, es gibt Mediks, also so Verbandkästen auf dem Boden, ja, wo sind die, ich brauche unbedingt Medikits, ich brauche unbedingt Medikits, ich brauche das, cool, ja, die sind, ich brauche den auf dem Ref, tat 4 und 3, oh da liegt eins, Kicksteen, nein, ich habe nur 30 von oben, sondern nur 20 Prozent, Alter, das war gerade gemeint, einer hauiler von uns, alle da oben, das bin ich, ey, ey, du Kicksteen, kommst du dich, ich habe einen Shotgun gehabt, Alter, sag mir nicht du hast schon wieder meinen Shotgun gekauft, glaub's nicht, hier Granate, Das ist das geilste an dieser Shotgun, du kannst nämlich fliegen. Du kannst spammen. Nee, nee, nee. Ich fliege mit der scheiß Shotgun. Ich hab nur noch 8 HP. Das ist geil. Henry? Ja. Leo, ich hab nur noch gesucht. Ein Jetpack des Jahrhunderts. Oh, nein. Oh Gott, ey. Nein, Henry ist tot. Jetpack gehabt. Leo läuft über den Mund. Warum bin ich tot? Weil niemand mehr mit ihm gelassen hat. Leo, ich zeige dir was. X-Lake, ruf los! X-Lake, ruf los! Oh, die Eile! Mein Jetpack ist ja heute los. Die Stroh und Flinten, ey. Oh mein Jetpack an! Leo, ich hab'n Jetpack und du so! Nein! Ich hab'n sexo! Oh, mein… Oh, ich hab'n Töntet! Ich hab'n's nicht gedöntet! Du hast'n's gar nicht gedöntet! Wie hast'n's nicht gedöntet? Wie hast'n's nicht gedöntet! Wir hast'n's nicht gedöntet! Sehr schön! Wie hast'n's nicht gedöntet! Wie hast'n's nicht gedöntet? Ich bin durch Stacheln gesprochen! Ich hab'n's noch mal angeschlagen, was? Na ja, Hose, Hose! Ich hab'n'n Falschen Zombie ausgerät! Da hab ich auch eben Was, Kingslay Obwohl, den bin ich gar nicht sehr beschrumpft Das ist damit Wenn du den mit Raffinesse tötest Du weißt wie ich Du hast mich noch nicht getötet Aber auch gut Doch, natürlich einmal hier Ja, die finden da auch Boah Das war Kingslay Das ist Kingslay, Leo Und in der Und in der Nein, verdammt, ich heile Ich werde nicht heile Geil Hab ich die wenigsten? Nein, wie geht's? Ich mit mir hier Ich bin Level 70 Alter Wie ist du auf mich grad? Ich bin ein Kamikaze-Zombie Was willst du? Was bist du für Zombie? Ich kann mich explodieren lassen Ich... Was ist das für ein Zombie? Ich überlebe die Scheiße Ich überlebe das Wo ist der Tasse? Wo ist der? Wo ist der? Hast du ihn gesehen? Hier, wie kann man sie sprengen? Mit C T Kann ich mich ausprobieren Warte ich sehen Ich hab den falschen Zombie auszuwählen auf den Bauch Hör 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 Das ist Leo mit der Kamikaze Hör Hör Der pumpt ganz drüben Wo ist der? Der läuft in der Mitte rum Und ballert alles weg Was zu überlegen soll Hör 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 Das hat aber lang gedauert 96 Menschen mussten dafür sterben Hör 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 Ich bin zwei Level aufgestiegen immerhin Ich nicht mal eins Oh, äh, keine Linksbums, ne? Keine Muskete, für mich Nee, heute nicht Schade Pistolen Leute Alle Links sind ganz Links Los, los, los Hinten hacken und am Ball anwachen. Das sieht einfach so aus wie ein Maschine, der was feuert. Jaja, so, aufhören. Wir packen gleich nochmal los. Gut. Alle bereit? Oh Gott! Alter, Alter! Wo fährt er gerade ab denn? Oh Gott! Okay, gleich geht's los, Leute. Gleich kommen sie. Okay, da erstmal eine Granate. Nicht so viele, nicht so lange halten, sonst bist du tot! Mit zwei Totalen! Alter, Luger! Ah! Heiliger hat noch mehr getan! Heiliger! Ahhhhh! Alter! 33 AP und tu es auch! Allee Maloga! Heihilja ey! Ich hab noch 70 AP! Zwei Spätspätspin' Grenade hinterher. Eihehihi! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Hilfe! Neo ballert mich doch nicht ab! Mann! Alter der ballert mich ab! Oh mein Gott, du bist nur 30 KB, ahhh Gott, ich bin tot. Echt? Scheiße, woher darf ich das? Ah! Kickstay ist auch tot. Ich hab ja den Bunker verlassen und auch ne Granate im Rücken reingemacht bekommen. Das war Leo, oh mein Gott. Ich hab keine Kanade gebrochen. Ich hab mir ein scheiß Gewehr geholt, ich rüste es nicht aus. Aber ey, ich bin der erste Platz, ein Depp dafür, ihr kleinen Lötschern, Alter. Du weißt, was Depprausets heißt. Die arische Bruderschaft. So, alle wieder ran hier. Du hast voll unfair gespielt, Leo. Du hast uns die Granaten, zumindest Kings, der die Granaten in den Rücken geworfen hat. Ich muss das Kodo holen. Leo? Nein, holst du nicht die OP-Waffe. Nein, Leo! Leo, ich seh es! Nein, Finger weg! Okay, nein. Gut da, Junge. Willst du die Pistole da unten holen? Ja, die Pistole ist ne Duel-Pistole. Oh, okay. Die ist ein bisschen OP. Deswegen. So, alle bereit? Warum seid ihr eigentlich beide immer schwarz? Und ihr habt als einziger Blau. Was ist denn hier schief gelaufen? Weil ich die schwarze Farbe ausgedäht habe. Jetzt ist immer eine blaue Melchschnitte. Asi-gal-luga! In alle Richtungen, Granaten! Asi-gal-luga! 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 Ich habe zwei Kamikaze da unten! Drei Kamikaze! I kill little zombies! Oh Gott! Oh Gott! Seher auf! Leo, was hast du gemacht da oben? Hehehe! Alter! Ja, das klingt der dann aber auch... ...drei Granaten platziert, ne Leo? Ja, ich hab's gesehen! Ich hab jetzt den Desert Eagle geholt! Fuuuut! Alter! Nicht so viele Granaten, Leo! Leo, jetzt hör auf! Okay, dann hier meine letzte, okay? Weitere Leute! Ich komme irgendwie drei Zombies! Kreis, der kommt sowieso! See you later! Oh Gott! Oh Gott! Was haben wir denn hier? Das ist der Taser! Die sinnlose Wache des Spiels! Und wer keult wie sich natürlich? Leo! Ich glaube, wenn wir hier drin verweinen, sind wir so gut wie tot! Also Leute, folgt mir! Tän, zu kommen! Äh lol! Jetzt häng ich hier. Oh Gott! Oh Gott! In alle Richtungen! Wat? Ist einer durchgelaufen! Was macht der Typ mit der Dessertfuh eigentlich da? Nitten! Achoo, ich krieg's nitten hier! Hier rein! Hier, hier, wir gleich lozieren! Gut, dann kam ich aus an! Ja, da kam ich weiter! Wir sind ein bisschen weit ausgesplittet. Irgendjemand von uns wird gleich sterben, glaub ich. Ich glaube Leo. Leo ist gleich weg. Der hier gerade der Typ mit der Dessertfuh, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ich glaube, Dessertfuh ist keine gute Idee. Nee, überhaupt nicht, weil die hat einen verfickten Rückenstolz. Ja, echt, ja. Das war die Kamikaze, Jungs! Und hier genau, wo ich hingehe, die sind zwei Tommys! Oh Gott! Oh, was ist denn? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! ich verlieg, ich influential, ich verlieg, ich verlieg! Ich verm Annie, ich verlieg, ich verlieg! Alter, mit fand hoch viel lieb, denn gesamte alles verloren. Oh Gott! Aue please, acht, 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 acht! Ihr heute irgt das, der Kult-Zone! Wie machst du heute, ich stellte das Zurück? Acht, du heilige, da hat jemand die Kamate gemacht. Oh! Ich hab nur eine LVP. Oh Gott. Ich bin ein sehr großer Team. Oh, ist dort ein Medikit? Nein, natürlich nicht! Ding, der passt mal auf mich auf. Ich hab nur eine LVP. Leute, du musst nur mal hier liegen. Oh Gott. Ich bin auch auf meinem Gesicht. Ich seh da ein wildes Milizid. Oh, ein Leo. Achtung, da kommt gleich ein Leo angesprungen. Achtung, ein Leo! Granaten. Ah, Scheiße! Medikit! Nein, nein! Ja! Ah! Er hat ihn weggeholt. Komm, Alter! Ich hab gehört, das wird wieder hier ein Singleplay. Au! Auf! Ich hab ihn weggeholt. Ja, ich hab ihn weggeholt. Hahaha! Schade, wenn wir jetzt gut geteilt hätten, Alter, von oben, von oben, so fast. Hat keiner gesehen? Perfekte Granate. Hashtag gemeine Kappa. Das wird hier nur ne Weile dauern, bis die mich haben. Ich glaube. Jawoll, Alter! Übrigens, du hast ein Jesuskreuz, siehst du das? Hey, wer lebt denn jetzt noch? Warum lebt Leo wieder? Gute Frage. Ähm, ja, okay. Was war das gerade? Hab ich... Hab keine Ahnung. Leos Gefühl öfters als ich, Torben. Lass mich. Ich hab einen Tod. Alter. Ähm, ich hab sogar mehr Geld als Theo. So, Leute. Toll, Mann. Machen wir denn jetzt so heute? Oh, ich geh mal dann. Los, wir nach, Männer. Jawoll. Wir nehmen diesmal nicht diese OP-Waffe. Also die Superschrot-Wintern, die super funktionieren. Nee. Echt nicht? Wir nehmen heute Granatenwerfer. Oh, ja. Yes. Oh, ho, ho, ho. Ich hab fast nicht schon ein Gebet mit dem. Gut, kommt doch hier. Alle hoch. Das war echt knapp. Hey, ich will das Jumpen oder halt das Stringern? Oh, warte. Hardball hier. Ich nehm den Decker. Oh, der Decker. Digga, Digga, war er hier. Oh, naja. Alter, haben wir hier gespielt. Digga, was ist das denn? Eilige. Du denkst ja, brauchst ein paar Messer. Ey, warte. Komm mal hier runter. Ich hab ein paar zu viele Messer. Eia, ja. Alter, erst mal hier hin. Alter. Ja, gut, ne. Wir werfen heute mit Messern. Wats? Aber mit viel Spielmessern? Alter, ich hab da irgendjemanden schreien gehört. In-game. Boah. Die Messer-Killz geben voll Flip. Junge. Die machen vor allen Dingen One-Hit. Digga, wir sind jetzt auf das Ziehen mit Messern. Ja, guck sie an. Geil, da ging schnell! Wie viel Messer hier rumliegen? Hat immer mal Messer verloren! Warte, jetzt mach mal die richtigen denn das hier! Und dann... Zack, zack, zack! Geil! Zack, zack! Max! Ach, das ist okay! Dann genau! Es liegt mit Messer! Messer überall! Messer, 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 Messer überall! Wenn du das sehen könntest! Alter! Alter! Heute der Wetterbericht! Heute regnet es scharfe Dolchchen! Oh, da ist ein Medikett! Das hängt mir gleich an! Ey, ich lasse asozial! Ich bin grad am healstand! Der boxt mich der Zombie, Alter! Hilfe! So! Boah, das war ne Kamikaze! Ich brauch ne Medic hier! Das war ne Kamikaze! Ripple Kill! Oh! Unbedingt Medic, Alter! Medikette, ey! Na, moin! Warte, wir haben noch ein Medikett hier oben! Jo, dann hol dir das! Hier folgen sie mir! Pack schon! Ah super! Leon, ich fressen! Wo ist das? Oh, 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 oh! Oh, oh! Jetzt brauche ich nicht mehr die Kitscheide! Digga, diese Messer! Boah, Hänsel und Gretel im Brutal! Ich lege eine Spur aufs Matchrum! Boah, einer der war aber echt. Ja, fertig, Piste! Jaaaaay! Kann man ja mein Atomistin? Jaaaaay! Jaaaaay! Oh Gott, ich freu doch mal hier, ich freu doch mal hier! Ich bin in die Kamikaze rein! Hast du das jetzt als zweitwaffe, das Ding? Ja, natürlich, man kann zwei Waffen haben. Noo! Hey, wie kann ich nochmal meine Waffe wechseln, auf was? Jetzt will ich einfach mit Maus scrollen! Maus scrollen! Einfach scrollen! Oh so! Oh gut! Juuu! Ich mache halt kein Damage mit Zombies, aber ich weiß drauf! Tank Mode! Tank Mode! Auch Medic! Wer denn? Wie viele denn? Noch ein bisschen! Alles klar! Wolle ich auch nochmal heal! Obwohl, ich kann mich ja selber aufziehen! Ja, ja, das ist ja! Das ist Kamikaze! Oh, holla! Hat was mehr getan! Ja, aber wir haben ja heal! Ja! Hetz? Ja! Eloy, ich krieg' Schaden! Von Wehm denn? Eloy, das ist ein unsichtbarer Zombie! Ich bräuchte mal heal, heal bräuchte ich mal! Ich hee'r dich selbst! Junge! Junge, Junge! Ne, ich kann mich aber grad nicht schielen, das finde ich komisch! Hm, ich auch nicht! Hilfe! Ich kann mich nicht schielen! es gibt es gibt es gibt zombie geister ja ich kann uns zielen leo achte jetzt kannst du nur noch einzel schüsse mit der waffe machen leider weiß nicht kann ich nur mit einem schuss zielen merkst du ne er klaut mein kill magst du ich bin ja zentel und kretel ich mache eine spurt bazooka boah mach eine spur damit wir uns nicht verlaufen bis zum nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst doch bitte eine bewertung da und dann bis zum nächsten mal